Die Commerzbank wird zu einem Viertel verstaatlicht. Der Bund übernimmt 25% plus eine Aktie an Deutschlands zweitgrößter Bank. Dadurch erhält die Commerzbank 10 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital. Für die Bundesregierung ist der Schritt angesichts der Finanzkrise nur folgerichtig. Wenn Sie sich an den vergangenen Herbst erinnern, dann haben wir immer deutlich gemacht, dass die Reaktion in unserem Bankenrettungspaket, dass die Situation dadurch gekennzeichnet war, dass wir die damalige Krise als eine systemische Krise verstanden haben, von zentraler Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft insgesamt. Und wir haben im Rettungspaket verschiedene Ansätze und Instrumente von vornherein vorgesehen, unter anderem neben Garantien und Bürgschaften auch Eigenkapitalhilfen und Beteiligungen. Dabei hat die Commerzbank erst vor Wochen 8 Milliarden Euro vom Staat in Anspruch genommen. Nun braucht dieser wichtige Kreditgeber selbst sogar noch mehr frisches Geld. Die Bundesregierung will Staatssekretäre in den Aufsichtsrat schicken. Eingriffe ins Tagesgeschäft der Commerzbank soll es aber nicht geben. Es wäre völlig fatal und dumm, wenn eine Regierung in so einer Situation versuchen würde, auf das operative Geschäft Einfluss zu nehmen. Operatives Geschäft ist Aufgabe des Vorstandes. Und operatives Geschäft bleibt auch da Aufgabe des Vorstandes, wo wir 25% der Aktien halten. Verbraucherschützer geben Entwarnung. Für die Kunden gibt es keinen Grund zur Sorge. Die Anlagen, die sie abgeschlossen haben bei der Commerzbank, bleiben so bestehen. Das Einlagensicherungssystem bleibt so bestehen, sodass es also für Kunden der Commerzbank überhaupt keine Veranlassung gibt, hier irgendwie aktiv zu werden. Die Commerzbank ist die erste Privatbank, an der sich der deutsche Staat direkt beteiligt. Mit der Teilverstaatlichung hat der Bund nun dort ein Vetorecht und kann wichtige Entscheidungen blockieren.